Ja, ich bin wieder in der relativ lauten Halle 3.0. Es ist nichts zu überhören. Und es geht jetzt um das Thema Bläserklasse. Und bei mir am Tisch ist Professor Bernd Schumacher. Ja, ich bin in Sachen Bläserklassen jetzt schon seit fast 20 Jahren unterwegs. Zum ersten Mal habe ich davon gehört 1992. Da kam ein Professor aus Kanada zu uns nach Mainz und hat dann in regelmäßigen Abständen Fortbildungen gemacht. Das Projekt kommt ursprünglich auch aus den USA, wo man nach dem Krieg eigentlich so mehr aus der Not geboren, Bläserklassen eingerichtet hat, um halt Geld zu sparen. Diese Methode hat mich sehr fasziniert. Wir haben das mit mehreren Lehrern dann auf deutsche Verhältnisse übertragen. Und ja, wenn man dann 20 Jahre Musiklehrer war und hat dann siebte, achte oder neunte Klassen unterrichtet und hat dann plötzlich so eine Möglichkeit, wo dann 30 Fünftklässler vor einem sitzen. Jeder kriegt einen Blasenstrommel in die Hand von der Querflöte bis zur Tuba. Und schon nach wenigen Wochen spielen die ihr erstes Stück. So habe ich mir Musikunterricht immer früher als Kind gewünscht. Und so ist es auch toll umzusetzen heute. Mittlerweile gibt es da sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten. Ich selber bin in der Lehrerfortbildung, bin jetzt schon seit über zehn Jahren Lehrbeauftragter für diese Methode an der Hochschule für Musik in Mainz, die das in die Lehrerausbildung integriert hat. Und ja, wir haben da eine Lawine losgetreten. Und dieses Projekt ist wirklich auch einen sehr, sehr guten Weg. Ja, das Hauptproblem war halt immer, wo kriege ich günstige Instrumente her. Wenn man für 30 Kinder 30 Blasinstrumente anschaffen muss, dann ist das mit erheblichen Kosten verbunden. Und da hat die Firma Arnold Sensanz wirklich tolle Pionierarbeit geleistet, die einem wirklich von der ersten Minute an betreut. Die hilft dann bei den Schulen auch vorstellig zu werden und Konzepte zu entwickeln, wie man so eine Bläserklasse, so einen Klassensatz finanziert. Mein Name ist Bruno Schmidt von der Arnold Stölzel GmbH in Wiesbaden. Und ich betreue seit einigen Jahren das Bläserprojekt, gemeinsam auch mit der Hochschule für Musik in Mainz, mit Professor Bernd Schumacher zusammen. Und wir von Arnold Sensanz haben uns zur Aufgabe gemacht, Instrumente zu entwickeln, die speziell für Bläserklasse zu optimieren. Das heißt, kindgerechte Mechaniken für Jungbläser, Tuben, die wirklich nur ganz leicht sind im Gewicht mit 5 oder 6 Kilo Klarinetten, beispielsweise mit einer kindgerechten Mechanik, sodass die Kinder einfach einen leichten Zugang und einen viel leichteren Zugang, ein viel schnelleres Erfolgserlebnis haben mit kindgerechten Instrumenten oder kindgerechten Mechaniken. Und diese Unterstützung haben wir bekommen, gemeinsam mit den Lehrern und gemeinsam auch mit Lehrern in der Praxis entwickelt. Und wir von Arnold Sensanz sind eine relativ kleine Firma, die schnell auch auf diesen Markt und auf dieses Potenzial reagieren kann, um diese Instrumente auch so spielbar zu machen, dass es für Kinder wirklich sinnvoll erscheint. Des Weiteren ist es einfach so, dass immer nach gutem und günstigem Instrument Ausschau gehalten wird. Auch das haben wir versucht zu verwirklichen mit Partnern in China und in Taiwan, um dort wirklich qualitativ gute Instrumente zu einem günstigen Preis dann abgeben zu können an Schulen, an Musikschulen oder eben auch an Hochschulen. Des Weiteren haben wir speziell für diese Bläserprojekte eine DVD entwickelt, eine Info-DVD für alle Lehrer, die dieses Projekt verwirklichen wollen. Es ist eine Info-DVD, die auch wiederum entstanden ist mit Professor Bernd Schumacher mit der Hochschule für Musik in Mainz, um einfach darzustellen, was ist Bläserklasse, wie toll entwickelt sich eine Bläserklasse in der Schule, was muss ich alles beachten und diese DVD ist jetzt ganz neu, ist sehr gut geworden, findet auch hier sehr regen Anklang, auch hier auf der Messe und diese DVD senden wir auch gerne aus, um einfach zu informieren, was passiert im Bläserprojekt, was passiert in der Bläserklasse ab der ersten Stunde, ab dem ersten Ton bis hin zum ersten Auftritt. Und genau das ist auch unsere Philosophie, ein Rundum-Sorglos-Paket. Gemeinsam mit dem Lehrer, gemeinsam mit der Schule zusammen, betreuen wir die Bläserklasse eben ab der ersten Stunde bis zum ersten Auftritt, wirklich gemeinsam mit Hersteller, Händler und Schule zusammen. Also jeder, der dieses Projekt plant, bekommt von uns gerne kostenlos diese CD oder diese DVD zugesandt, um die Infos weiterzugeben an den Fachbereich, auch an die Schulleitung und natürlich an die Eltern, die von diesem Projekt überzeugt werden müssen.